Ja und nein. Aus der Geschichte heraus im 19. Jahrhundert haben Sie ja auch gesehen, dass eine Vereinigungsideologie häufig dann dazu führt, dass man demokratische oder rechtsstaatliche Aspekte geringer bewertet. Die Frage, ob man das übertragen kann, ist allerdings eine ganz andere Frage. Es ist ja so, diese Euphorie, also ich habe die immer mit einem Teil Freude und mit einem Teil Trauer gesehen, weil man sehr deutlich wusste, spätestens im Frühjahr 1990, dass das Versprechen der schnell blühenden Landschaften nicht gehen würde. Dass es also zu einem unendlichen Frust kommen würde. Und nachdem Rohwetter auch mit seinen Überlegungen, die ja wahrscheinlich mehr Arbeitsplätze in Unternehmen der DDR hätte erhalten können, ja nicht durchdringen konnte, weil er ermordet wurde, war es völlig klar, dass der Frust noch schneller und noch besser eintreten würde. Und dann war es eine Frage der Zeit. Ich meine, die Einigung, so wie sie gemacht wurde, hat natürlich auf der einen Seite den Rentnern einen unglaublichen, sag mal, Vorteil gebracht. Die hatten Westgeld, konnten verreisen. Alle Leute, die Geld hatten, konnten verreisen. Aber es betraf natürlich hauptsächlich diejenigen, die nicht mehr in Arbeit standen und dann nach dem Rentensystem der DDR gut versorgt waren. Muss man einfach wissen. Und dann die ganzen jungen Leute, die anfangen konnten zu studieren. Die ganze Schicht derjenigen, die in Arbeit waren. Und ich habe da gerade auch in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg sehr eng in Projekten mitgearbeitet, auch danach. Da konnte man sehen, wie der Frust einsetzte, wenn die keine Arbeit mehr hatten. Und wenn sie dann angewiesen waren auf die Unterstützungsleistungen, die ja nun auch psychologisch sich ausgewirkt haben. Und dann kam noch hinzu, dass da die ganzen Glücksritter und Betrüger von West nach Ost gingen und denen allen möglichen Schuld verkauften. Ich habe damals in den Projekten, denen ich war immer gesagt, es wird nichts mehr unterschrieben, sondern ich komme am Wochenende und gucke mir das durch und berate es mit Ihnen durch. Ich bitte gar nichts. Weder Blitzableiter noch sonst irgendwas. Hausverkleidung und was es alles war. Aber es sind natürlich nicht nur diese Form von Betrügern und Glücksrittern rübergegangen, sondern die Wehrsportgruppe Hoffmann, die ganzen rechtsextremen, schrecklichen Typen, die sich vorher in Bayern oder auch in Baden-Württemberg zum Teil getummelt hatten. Und die hatten hauptsächlich in Thüringen und in Sachsen, ich weiß nicht, ob auch in anderen Bereichen quasi freies Schussfeld und haben sich dann dieses Frustes bemächtigt. Darunter leiden wir heute noch.